Hallo und herzlich Willkommen zu unserem ersten Let's Play. Wir hatten die ersten paar Minuten schon. Ich hatte einen Video Codec Error, konnte es deswegen nicht verwenden. Somit fangen wir jetzt nochmal an. Es tut mir leid, Leute. Das nennt sich A-Protection. Wie gesagt, dafür muss ich die ganze Story nicht erklären. Ich nehme an, die Leute werden schon wissen, worum es in Doom geht. Ich hoffe doch. Ich hoffe, Alter. Die Welt verdient ist mir ein bisschen... Dämonen! Dämonen! Keine Alien! Jeder, der sagt, es ist ein Alien, dem hake ich den Schädel um. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Nimm dir eine Shotgun. Hast du mich angeschaut? Nee. Sag jetzt nicht, du hast wieder... I don't know. Okay, öffne mal, geh zu der Tür. Ja, ja, geh zu der Tür. Also... Auf jeden Fall, ihr seht jetzt erst der Lappenspender. Ich bin der Raster, ja. Das haben wir eigentlich auch voll vergessen. Aber egal, das hätte der Lappenspender eigentlich anmerken sollen. Mhm, mhm, mhm. Nee, Mann, ich bin ein bisschen... Shit, what the fuck, woher, Mann? Geh weiter dort hinten lang. Okay. Naja, jetzt kommt er wieder. Hey, Schöp. Du hast wieder ein Shotgun, mega aufpassen, da ist da oben ein Raketenwerfer oder was das auch ist, Mann. Nein, nein, das ist ein Imp. Das ist quasi das Schwächste der interdimensionalen Kücher. Du kannst einen Imp vorstellen wie einen, keinen Goblin. Ja? Der kann halt... Ja, Rocket. Das ist ein Rocket. Du findest einen Rocket Launcher und der schießt die gleiche Projektile. What the fuck, what? Ja. Ah, der Shotgun, geil. Man hättest nur sagen können, dass der da steht. Ja, hab ich nicht gesehen, Mann. Ja, mir selber steht. Also ihr seht, wir spielen auf Hard. Also ich glaube, auf Hard wird er dann mindestens zu dritt sein. Das nächste Mal werden wir versuchen, unseren lieben Freund, ähm, Popo-Schreck mitzubekommen auch. Das ist immer so eine Sache mit unserem lieben Freund Popo-Schreck. Ich meine, lass mich ihn kurz anskypen. Mega. Mega. Genau, lass mich ihn kurz anskypen. Typisch. Genau. Typisch. Kann mir das helfen. Wuh! What the fuck? Da sind zwei unten. Ach, pass. Der schießt dich mit einem Schuss, Mann. Und du bist... Ja. Da ist Säure gewesen. Ja, das war eh klar. Ja. Typisch. Oh, es leckt. Es leckt gerade. Es leckt gerade. Man, bei mir rennt's supergeil. Oh, yeah! Der, 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 der. Ich meine, man, die Musik. Ist ja, Leute, das waren noch die besten Zeiten, dass du da hier... Ah, yes, ich liebe diese Musik. Oh, komm mal nach hinten, Mann! Hast du gefunden? Pumpe da oben, gell? Ich weiß schon, dass eine versteckt ist voll vergessen. Ich spaste. Ja, da sind die Secrets. Früher waren die Secrets. Ähm, es wird dir jetzt halt nicht mal ein Secret angezeigt. Also, es ist ein Secret. Warte kurz, bevor du rein gehst. Ich schau mal kurz... Nein. Ob Popo Steck da ist. ... ... ... ... ... ... ... e okay das erste Mal haben wir uns Loppenspender Loppenspender, nein schau wir sind dreimal, wir sind doppelt drinnen, man oh the fuck geht auf das vergrasen ist vielleicht wenn wir einfach gestorben sind ah, nein, 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 nicht weil wir gestorben sind, weil der Highscore vom Letzten wir haben es ja vor allem gerade gespielt ja, ne, das könnte sein, das ist gespeichert und dann das ist einfach wieder anzelt das hat sogar funktioniert, ohne dass du disconnected bist ja, ne, ne, das war, weil ich gedrückt habe oi, ich habe ihn gepuncht schon punch ihn, punch ihn, punch ihn, bist du tot hab ich nicht angeschossen, so ist ein Friendly Fire, nein, nein, Friendly Fire ist aus du kannst mich anschießen, das macht meinen Aim nur auf ich sage, dass er so angeschaut okay, nein, Popo Steck ist erst um elf oder halb schau dann, das heißt, wir dann mixen und schauen mal, dass wir unseren Popo Steck bekommen ja, aber, es funktioniert ja, es funktioniert ja eben, und wir werden einfach versuchen bis dahin, ich komm rauf, willst du nicht die Pump kann dir holen? oh, ja, warte kurz, die haben wir nur wir können mit Popo Steck auf jeden Fall, ähm, dann den normalen Co-Op spielen, von Doom 3, nicht den Classic Doom, sondern den Doom 3 Co-Op ja, machen wir es so, ne holen wir sich den Key weißt du, da oben geht es auch noch soll ich mir also, ja, ja, Leben, ich brauche Leben ja, ne, Rüstung wäre cooler ja, da geht's rauf aber ich find's cool, wie's die verkrümeln, also ne, normalerweise, es ist so halb-halb, also, die Dämonen, die verkrümeln, wie du sagst, hier hast du Armermann auf meiner Seite und wie du sagst, die Dämonen, die verkrümeln, also, das ist eine gute Ausdrucksweise, ja, muss ich mal sagen aber, ähm, sie sollten eigentlich schnell hinbleiben, wenn die Dämonen richtig informiert blühen, dass dir die Leichen sollen zu bleiben, und ich glaube, das könnte mir der Konflikt noch ändern ja, der Stau, der Ticke oh, jetzt kommt wieder die MDF in der Falle ja, voll also, nochmal an unsere Zuschauer, es tut uns leid diesen Abschnitt gibt es einfach, ich müsste sich einfach vorstellen, hey, hast du das gedrückt? nein, nega, drück es, damit du weißt, wie man das macht oh, ja also, auf dem Display schauen und drauf drücken also, damit man für die Zuschauer, die halt vielleicht ein bisschen jünger sind und aber trotzdem schon über 18 sind, das ist halt eines der ersten Spiele gewesen also nicht jetzt genau das, aber halt das ist ein Mod für einen der ersten Ego-Shooter und damals musst du dir vorstellen, mit DirectX-Unterstützung hat man auch so eine Beleuchtung gehabt in etwa also, es hat zumindest, es hat zumindest geblinkt und es gab Schatten und Licht und alles davor, Leute, das muss ich euch vorstellen, davor war das nicht ich kann mich an 3D-Grafik erinnern wo es nur scheiß oh, shit wo es nur scheiß Polygone gab, ohne Textur und das war 3D-Grafik, stell dir das nochmal vor also, das ist gar nicht mal so lange her das hier ist ja wunderschön der Gegend kannst du vorgehen, ich habe fast kein Leben lang also, oh, der Dicke, warte, da habe ich noch was für ihn haha, du findest den dick, na warte, wenn die richtig Dicken kommen ha, 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 Leute, ich finde den dick oh mein Gott, wird das die Flasher, wenn der richtig Dicken kommt oder sind nach Gegner, was auch schon irgendwo ja, man, ich hasse so Beleuchtung, man, auch im Horrorfilm, da schelze ich mich an echt? da bist du zu einer? naja lol 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 wieso? mei, warum, warum? Gegner, da sind Gegner hinten oh man, ey oh, warte, da oben ist ja irgendwas obwohl jetzt, man wohl wir sollten das auch so einstellen, dass jemand stirbt, dass man nicht respawnen kann oder nur gegen irgendwas sollten sie da einbauen wieso kann ich das nicht aufmachen? not the fuck, normal doch, es war doch es war doch vorhin offen, wo wir vorhin gesp... was geht ab, man keine Ahnung ich glaube, wir haben... ah, ich weiß schon wir haben da, glaube ich, was vergessen boah aber jetzt bin ich genau falsch gegangen das ganze Blut, oh, wer steht denn da? lol ich kann's nicht lesen weißt du mich juckt meine Nase extremst und ich weiß nicht wieso was soll die Scheiße ich muss die ganze Zeit mit der Nase kratzen und so mit die Hand von meiner Maus runtergeben oh, dann muss die Tastatur und... oh, ich zog aus, man so ne Scheiße ok, ich glaube, warte schauen wir nochmal, ob es ich jetzt geöffnet habe es sollte sich da hinten eigentlich kannst du mich hier rinnen? da, diese Tür, man die da aufbrennen Scheiße na, wurscht den alten normalen Weg wenn sie da eh fast am Ende jo ha uuuh hast schon wieder Probleme, oder was? lol 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 wie geh ich da? ah ah, ich weiß schon weißt du, was wir da hinten bekommen haben? die Chainsaw ich kann mich ja wieder erinnern, ja Kettensäge ja, du hast sie bekommen du wolltest sie unbedingt ja, ja und warum ist ja alles vergiftet? ähm, das weil wir ja zur Toxic Refinery gerade erinnern ich kann mich nicht erinnern, das nächste Level ja, ja super Spaß mit das ist wieder auf ja Alter, aber wie so kribiert der Wichser nicht wird er's daun, wird er's daun wo Amacht człon geschafft ohne zu sterben schein Scho so content Ja, 22 Schrottkugeln. Oh, nice. Warte, schau, schau mir doch. Ich find das süß, ich find das süß, schön gern. Kann ich ihnhauen, kann ich ihnhauen, kann ich nichthauen, kann ichhauen, kann ichhauen, kann ichhauen, kann ichhauen, kann ichhauen. Oh, ah, wie schau ich, oh ey, das schau ich mir an. Das ist aber kein süßes Hund, Mann. Ja, Hundi, das passiert, wenn man nicht brav ist. Nein, der hat den bösen Hundi. Und dann schreit er noch, als ob er uns irgendwie, als ob er uns leid tun sollte oder so. Schwestern, Mann. Ja, Mann, das sind die Highscores vom letzten Mal. Ich hatte letzte Runde 117 Kills in dem Level. Ja, ich war besser. Tele-toxin refinery, wow. Ist Fabrik, warum gibt Fabrik auf Mars? Warum braucht man das? Aber, 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 ich würde sagen, das reicht für diese Episode, wir werden hier cut man. Wir sind bei 13 Minuten fast. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir können euch sehr bald mit einer nächsten Folge beglücken. Bye-bye! Ja. Bye. Bye-bye! Untertitelung des ZDF, 2020